recht herzlich willkommen zur 128 folge von towns ja wir gucken gerade wie die hier so rumlaufen und noch sachen aufheben haben wir letztes mal schon geguckt der eine ohne hut aber das hier ist ein ding und sag schon hero und der entdeckt hier gerade weiter gucken wir doch mal wo er hinläuft ok auf dem gang ist wohl keiner oder schmeißt er schon vorher läuft nicht weiter na komm da muss ein raum sein er traut sich nicht weiter vor ok der läuft jetzt bis da unten hin die holt eine kugel weg aber hier geht es noch wo waren die treppe ja oder der entdeckt was naja und der freute ist mal ein paar spiels da ab und dann geht es jetzt aber glaube ein bisschen schlechter dran jetzt sind es dann doch zu viele ich glaube du würdest besser gehen das ist auch gut so da ist das spiel in der pause das heißt wir haben irgendwann angriff auch unten im keller aber nur vier spinnen so jetzt müssen wir gucken wo wir hin müssen und ich würde dann doch gerne hier weiter gucken hier war es weil da kommt auch der nächste das mal weiter laufen und löst aber der macht schweinchen daraus muss ich aber mit dem ersten so schlagen aber er haut auch schon ab ok die schweinchen laufen schneller hinterher sogar und sind jetzt hier war rufs oder wird sind ich weiß nicht wann dann doch zu schnell da ist der nächste hält und da waren sie zu zweit und dann sah schlecht für ihn aus aber irgendwo muss man da wird schon wieder gekämpft da ist neuer hält der hat sich dann mit denen unterhalten keine ahnung was er gemacht hat so wo geht da hin nirgends wo der andere geht hoch oder oder wird jetzt mehr vor entdeckt er guckt hier mal rein das ist verdammt viel los da drüber da wäre ich vorsichtig kommt noch ein zweiter nein der wendt holt schon was zum glück glaube jetzt muss auch schnell weg die beiden machen daher was aber das doch da passiert nix sind lehrer und jetzt auch noch im rücken ok sieht gut aus da ist gerade auch ziemlich viel von unseren leuten los die hier sind dieses feuerkopf der ist dadurch gegangen hier musste einer unbedingt jetzt rein das ist aber kein hero und er sieht auch gerade nicht so aus als aber das überleben wird habe ich mir doch gedacht ich weiß nicht was der wollte wahrscheinlich hier den blue gel holen das könnte sein das war fatal für ihn ok kommt er hier und macht er weiter nein doch hat noch geklappt ok jetzt ist es ein hält ich will es hoffen sieht er aus oder klappt noch weil hier wäre es jetzt auch ein bisschen bremslich wieder da was aufzuheben wenn man kein held ist er muss jetzt aber auch weg laufen tut er auch und da kommt die nächste ins verderben die dame hat nichts an das war es dann ja super gelaufen die nächste person kommt da die nichts an hat sind das jetzt das sind die die ja schade da habe ich auch nicht mehr daran gedacht dass wir zwischendurch mal neue hatten die sind jetzt gerade alle gestorben der held der macht sich hier wacker kommt der nächste schon schauen wir mal ne er muss aber gleich auch nach oben gehen leicht verletzt ok so so fair und macht erstmal rundum schlag ich glaube jetzt hat also alle gleich da unten sind noch zwei die markt auch noch nehmen ja der ist wirklich erhält hat den ganzen raum alleine leer gemacht da oben werden noch ein paar schweinchen gelockt ist aber auch schon zu ende hier kommt jetzt ein ganzes batallion zum aufräumen ok nehmen alle was mit kommen die nächsten runter dieser feuerkopf der läuft auch noch dreiecke dauerns geld gut da geht es auch weiter hier ist auch noch was da ist noch jemand dem jetzt auch noch gut kann noch ein bisschen weiter entdecken da geht doch mal rein da jetzt war wieder nix aber er geht hier wenigstens weiter und da ist er ganz zu ändern das ist schon mal gut jetzt müde und geht weg genau jeder wird noch knochen eingesammelt wahrscheinlich dann genau so ist es hier ist der nächste hält der der sich hier mit dem evil turtle mit der bösen schildkröte beschäftigt aber das sind auch zwei jetzt ne direwolf und aber das geht oder richter hin erledigt um die ecke ist nur einer nimmst du noch mit ok ja das wird schon schwieriger jetzt geht da auch zieht zwei mit oder 33 sogar das ist kein hält ne ist ein träger der träger rennen ok dass man so gut geht glück gehabt ok ja gucken wir in dieser etage nachher noch mal weiter wir wollen mal gerade gucken ob oben noch was zu machen ist weil so ein bisschen bauen war ja noch ja ich glaube alles fertig so weit oder jetzt hier stehen geblieben die ganze etage hier ok da sind dach drauf aber da nicht mehr und wie machen wir weiter gute frage warte mal das ist etage 1 und das ist zwei außenmauer ist schon zwei ne hier gibt es noch zugänge ok machen wir erstmal hier was noch hin die man danach hinkommt ist natürlich eine andere frage noch funktioniert das aber so ja die holen auch schon ganz viele sachen und die bauern die steine darauf so und so super da ist was schief gelaufen das müssen wir direkt machen alles gut wieder auswählen in den stein und weiter geht's und hier würde ich sagen also so oder das ist etwas schwierig hier zu sehen zack ist er in den mauern gemacht so lasse erst mal so soll erst mal reichen gucken wir dann weiter zimmer ohne ende happiness liegt wahrscheinlich unten weil wir so viele eben geflogen haben da unten die sind aber auch kräftig am bauern kommen wir noch mal runter sind wir hier schon richtig ich glaube hier aber da ist noch mehr zu entdecken da gibt es sogar noch ein gang nach da da ist auch noch was ist aber gerade auch richtig was los hier na wo geht er hin wieder hoch ich glaube schon hier hinten ist auch noch was ist überall noch was zu entdecken da kommt jetzt wieder ein held frischer tat aber er geht die falsche richtung er geht richtig weil da kann man kämpfen machte zwei schweinchen daraus der eine greift schon an aber nicht mehr da und das geht auch den feuerkopf kriegt er auch kaputt oder ne doch nicht er geht vorher nach hause aber der kommt nicht hinterher der feuerkopf ne ja treppe hoch geht es da und da kommt schon wieder einer aber der holt irgendwas anscheinend von den beiden sachen oder gut ja hier gibt es noch genug aufzuräumen kommt wieder einer der holt auch noch was wahrscheinlich die rote kugel jetzt ne doch nicht aber da ist auf jeden fall ein held den beobachten wir mal weiter der hat hier eine neue stelle entdeckt wo er lang will ok Hauptproblems naja der zweite muss auch dran glauben aber den schafft er nicht mehr aber da kommen gleich die nächsten zwei die kümmern sich um ihn schon fertig so jetzt müssten sie nur weiter gehen um mehr zu entdecken ne aber die beiden machen erst ein picknick oder sind wir in der pause ne pause sind wir nicht ah jetzt gehen sie hier durch da gibt es auch noch einen blauen schleim ok jetzt gehen sie nicht weiter oder doch nicht doch vielleicht von unten kommt auch noch einer der läuft durch alles gut so die ecke ist fertig ihr könnt ihr noch längst hier gehen aber er geht dann doch rechts rum und da oben wird gekämpft hat er auch geschafft diesmal und jetzt hier lang hallo hier falscher weg läuft wieder zurück kommt der nächste der holt aber irgendwo was ab ja wie spät ist es beziehungsweise spät ist falsch sondern wie viel prozent haben wir 71 hier lag noch was ne im gang holt er da weg oder genau so ist es gut ist da oben oh da oben ist noch ganz schön viel ne ok geht aber wahrscheinlich erstmal keiner hin da kommt noch ein held ja gute frage wo der hingeht ne könnte da hingehen macht er auch dann den raum angucken ok da ist noch was los ok der holt wahrscheinlich die blaue kugel da weg gut ist es hier gut ist es hier oder einen harten gegner den schockt er nicht doch hat er geschafft wow und läuft wieder weg oder geheilt werden muss nächste bitte geht er auch hier lang ne der geht hoch stellt das ende fest und geht wieder zurück ja da gibt es leider keinen weg gut aber ich würde sagen für die folge soll es dann auch wieder reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann Tibetan tschüss tschüss Vielen Dank.